Marianne! Natalie! Heute bei dir mit Tanja. Genau, darum sind wir hier. Das wird die ultimative Marathon-Kick-Vorbereitung. Für Tanja, für eine Survival-Run. Heute kann sie richtig üben. Und mit Sparring-Partner. Mit dabei. Wir haben eine ziemliche Herausforderung am Marathon gemacht. Jetzt kannst du zeigen, was du kannst. Ja. Ich bin sehr froh, dass ich hier die ultimative Vorbereitung auf die Survival-Run habe. Ich habe hier Unterstützung von den Profis. Damit ich dann auch weiss, wie es geht, am 5. März am Survival-Run. Und ohne dieses Training wäre alles andere ein südiges Spaziergang. Bereit? Fertig? Los! Jassi! 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 Tschüss! Tschüss! Jassi! 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 20 Sekunden und 200 Sekunden. Die nächste Läuferin muss auch zu unserem Top-Sprinterin gehen. Ich weiss, dass sie 10 Kilometer durchzieht. Das ist Lana. Hast du die Zeit von 20 Sekunden und 200 Sekunden? Was denkst du? Ja. Gib alles. Du hast die Kondition dafür. Fünf. Dann legen wir mal schnell los. Achtung! Bereit! Fertig! Los! 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 20 Sekunden und nicht ganz 100 Sekunden. 5! Los! Los! Vielen Dank.